... befreundet sein kann. Der sieht man doch sofort an, das für ein Miststück sie ist. Entschuldigung. Marie kann einem schon wirklich leid tun. Wahrscheinlich wurde sie sogar dazu gezwungen, Jackie alles zu erzählen. Aber das ist ihr jetzt auch egal. Schließlich kann Marie mich nicht leiden. Beziehungsweise Jackie und die Clique verhindern das, um sie vor mir fernzuhalten. Alles läuft falsch. Alles um mich herum. Wieso gehe ich nicht einfach Selbstmord? Ja, wieso eigentlich nicht? So, dein Text ist ja dann, als er noch nicht weiß, oder wartet, dass er... Es ist ja kurz vorm Ende, also weißt er, dass... Wartet, dass er dann aber schon weiß, dass sein Vater Michael ist. Ja. Es ihm aber nicht erzählt hat, aber dieses Abendessen noch nicht kam, oder? Ja. Also es ist noch vor dem Abendessen, aber er ist sofort nach dem Abendessen. Ach so. Oder? Ja. Ist ja recht. Ja, aber ich dachte mir, dass dieses Abendessen dann die Pointe ist, dass er darüber nachdenkt. Aber nach dem Abendessen, also war das ja die letzte Szene, war es so zu sagen, dass halt dann wirklich bestätigt ist, dass er einfach mal zu gehen. Hier denkt er nur darüber nach und das gibt es halt sozusagen, wie du vorhin gesagt hattest, die letzten Tops. Genau, das ist halt kurz davor, weil für mich war das halt die letzte Szene und deswegen dachte ich mal, das passt dann gut rein. Mhm. Pass auf! Noch viel Beck? Was ist das noch rum? Was war das? Was war das? Dann mach ihn doch einfach hier in der Hilde im Grunde. Nicht so nah bei den Spinnen möglichst. So. Warum? Ich bin alt. Ich bin alt. Wow. Wie alt. Ich bin alt. Also ganz...